Weihnachtsbäume wurden durch Gemeindebedienstete geschlagen und auf dem Backhausgelände aufgestellt. Zur Ausschmückung hatte man sich etwas Besonderes einfallen lassen, nämlich das Angebot an bereitwillige Bürger, sich als Weihnachtsbaumpaten zu betätigen und das individuelle Schmücken der Edeltannen zu übernehmen. Spontan meldeten sich dazu so viele Bürger, dass innerhalb kurzer Zeit alle zu schmückenden Bäume zugewiesen werden konnten, was wiederum von einem intakten Gemeindeleben zeugen dürfte. Dafür bedankt sich die Ortsgemeinde bei allen Beteiligten auf der Setzlichte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Für die Advents- und die sich nähernde Weihnachtszeit wünscht die Ortsgemeinde Rammelsbach allen den ersehnten Frieden, Glück und vor allen Dingen bleiben Sie gesund.